Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man achtet euch halt selber. Der Rimpf ist ja schon ein Stückchen dran. Übrigens das Display ist echt gut. Extrem hell. Das kann man auf dem Weiten sehen. Und zwar hängt er jetzt hier bei 14,8 hängt. Naja. Aber guck mal. Ich habe nur noch so 500-600 Milliampere. Ja keine Ahnung. Also entweder ist die richtig platt. Ich würde jetzt sagen, ich hol es erstmal auf. Weil der Segler und Bob hat ja gesagt, dass der selbst bei 14,8 oder so noch 3 Ampere reinhauen sollte. Macht er hier irgendwie nicht. Die wird auch nicht warm. Keine Ahnung. Vielleicht ist die einfach. Vielleicht ist das eine von den wenigen, die wirklich im Sack sind. Wobei natürlich noch kein Wasser aufgefüllt wurde oder nichts. Das ist einfach nur so ohne Wasser nachfüllen. Das kann man natürlich auch noch machen. Sollte klar sein, hoffe ich. Ich saß jetzt einfach mal dazu. Ja. Ich klemm den jetzt ab. Mann. Also gestern war er auch mal 14,8. Äh, 14,9. Und jetzt komischerweise schwankt er zwischen 14,7 und 14,8. Hm. Keine Ahnung. Wie gesagt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Batterie vielleicht doch schon innen auf der Mütze hat. Ich lasse die jetzt mal ein bisschen ruhen. Dann messe ich wieder. Und dann machen wir einen Entladetest. Und mal gucken, was bei rumkommt. Und dann mache ich auf jeden Fall nochmal einen Durchgang. Vielleicht wird es dann nochmal besser. No, mal gucken. Hm. Scheiße. Der kostet Fehlschlag. Sind bei 47 Wattstunden. Jetzt haben wir abgeschalten. Und wir müssten ja zumindest mal die 77 hinkriegen. Ich habe euch ja gesagt. Ich habe auch nochmal den Innenwiderstand gemessen. Und das bei 27,9. Und hier bei 21,3. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so gut. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt schon mal mit dem, ich habe gerade mit dem Torsten geschrieben, mit dem Segel und Bob. Und ja, kann sein, dass eventuell hier beim Transport, der ist ja mit der Post gekommen. Schütteln wir. Also klappern tut nichts. Ja, er hat jetzt gemerkt, ich soll jetzt mal hier aufschrauben. Darf mal gucken. Nicht, dass hier irgendwie irgendwas Kontakt gibt oder keine Ahnung. Ob irgendwie was. Ja, ich gucke, ich schraube das Ding mal auf. Guck da mal rein. Und dann haben wir noch ein bisschen hin und her geschrieben. Und Torsten hat mir dann gesagt, dass der Baller der 3 Ampere in die Batterie. Und wir haben jetzt hier nur eine 44 Ampere Stunden. Und naja, mit 20 Millionen. Was würden die noch haben? 10. Und da ist der ja im Grunde genommen viel zu stark. Ja, ich habe jetzt aber auch nur noch, ich sage jetzt mal so kleine Autobatterien, jetzt nicht irgendwie übelst fette mehr da. Und die anderen, ja, bei der muss ich jetzt noch einen Entladetest machen. Die ist ja mit dem Günther Rems. Und die war eh ein Durchgang mit dem Johannes sein. Normal müsste ich ja hier nochmal einen Durchgang mit dem Johannes sein machen, um zu gucken, ob die dann wirklich wieder auf 100% ist. Oder ob es eben aufhört. Das habe ich glaube ich nicht gemacht. Das muss ich glaube ich mal machen. Beim Günther Rems im Grunde genommen dasselbe. Jetzt der Entladetest. Und wenn das nicht mehr besser wird, dann könnte ich ja eine von den Fetten mit dem mal probieren. Da haben wir jetzt schon ein paar Werte und so. Und dann machen wir das einfach so. Ich werde das Ding wie gesagt mal aufschrauben. Vielleicht ist ja hier der Vorwiderstand irgendwie an die Glocke hier oder ich weiß es ja auch nicht. Achso, brauche ich hier bloß lockerschrauben? Okay, naja, ich gucke mal rein. Und ja, vielleicht ist da der Schalter hier gedrückt worden. Ich glaube wir sollten da nochmal telefonieren oder ich probiere das Ding mal am Labornetz am Platz und tue mal ein bisschen messen und so. Irgendwas haut ihr nicht hin. Oder es ist zu viel Ampere. Das weiß ich noch nicht. Kann natürlich schon sein, dass es einfach zu viel Ampere sind. Gut. Ja, wisst ihr erstmal Bescheid. Hm. Erstmal ein bisschen ernüchternd. Na gut, das gehört aber auch dazu. Forschung, da lernen wir ja auch was. Wenn wir rauskriegen, warum ich vermute jetzt auch mal, wo Torsten mir das jetzt geschrieben hat, dass das ja halt 3 Ampere, das ist natürlich schon, ja theoretisch, früher haben wir mal gesagt 50 Prozent, also während der 6 Ampere. Bei der vermutlich 10 Ampere Stunde hatte ich ja bloß noch. In dem Moment jetzt, also da ist einfach wahrscheinlich zu viel Ampere, Jungs. Also es ist nicht immer, viel hilft nicht immer. Na gut, na haben wir sehen. So, Ladevorgänge laufen wieder. Ich habe jetzt mal, ich hatte mit dem Sägelrohmpop nochmal Rücksprache gehalten. Und ich sollte mal gucken, ob das Potti Kontakt zum Gehäuse hat. Also, ich habe es nicht aufgemacht, hat es aber nicht. Ich denke ja, das ist zu viel Strom. Ich habe jetzt mal komplett runtergedreht. Hier oben, das Potti hier unten, das ist übrigens eine Sicherung für den Travo. Und ja, ich habe jetzt ganz runtergedreht und wir sind jetzt ungefähr bei, ein bisschen was über 2 Ampere hat es für uns gerade angezeigt. 2,2. Also grob, 1 Ampere mal runtergedreht, wieder an der Nummer 2. Und naja, guck mal. Ich habe jetzt mit dem Dursten noch Böge gequatscht und wir sind so verblieben, dass wenn von diesen beiden großen, ob jetzt der Induktionsrempfer oder der Günther Rämpf seiner, die haben ja mehr Kapazität oder allgemein sind eben auch größer und der ist eher ab 65 Ampere Stunden. Und die hat ja nur 44 Ampere und die ist auch wirklich nicht mehr so die Beste. Dass man, wenn das hier eine von den Böden nicht mehr weitergeht, dass man den dann nochmal über eine AGM, also ein Durchgang nochmal mit einer AGM machen und ja, dann gucken wir mal. Jetzt erst mal laden, hier die ganze Geschichte. Hier nebenbei läuft auf der Entladetest, siehst du, ich muss wieder anmachen. Da sind wir jetzt bei der Nummer, das ist die Nummer 7 hier. Und 206 und 8 Schwattstunden. Ja, nur mal sehen. Bis später. So, er hat gerade abgeschalten und blinkt noch. 502 Wattstunden. Bei der Nummer 7, ich hatte mir leider, 502, ich hatte mir leider in Widerstand, hatte ich hier vergessen zu messen. Aber wir hatten schon die 541 hier bei dem Durchgang und naja, ist jetzt schlecht geworden. Vielleicht hätte ich noch eine Stunde oder zwei länger dran lassen sollen. Ja, keine Ahnung, also ich würde schon sagen, mehr als gelungen auf jeden Fall, ja. Hm, na jetzt halt die Frage, ob ich die wirklich hier mal noch, nochmal, wenn ich denke, aus voll oder so, dass ich nochmal 24 Stunden dran lasse oder ob wir jetzt sagen kommen, wir hatten schon 541 mit dem, lassen wir es gut sein. Ich weiß es jetzt auch noch nicht so richtig. Pass auf, das überlege ich mir jetzt einfach mal noch in Ruhe. Ich habe jetzt die Batterie über Nacht mal ruhen lassen. Ja, die ist jetzt geschraubt, das Zellenkurzschluss. Gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dann hat die halt ordentlich eins auf die Mütze gekriegt oder so. Und ich suche mal jetzt mal einen größeren Kandidaten. Ne, ach Quatsch, ich habe ja vom... Wartet mal. So, ich habe hier vom Segel und Bob noch ein älteres Modell, schon von 2020. Der Volker war gestern da und ich habe ihn gefragt, ob er vom Segel und Bob noch einen hat, der ein bisschen weniger Ampere kann. Ich hoffe, der macht keine 4 Ampere. Muss ich mal messen, weil... Ja, der Torsten hat gemeint, dass der halt so groß ist für so eine kleine Autobatterie, sag ich mal. Ich habe hier oben das Potti noch runtergedreht auf 2 Ampere hat er die Batterie gestern geladen. Und ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gestern nicht geguckt, ob das gestern. Ich habe gestern einfach abgeklemmt, bin pennen gegangen. Und ja, keine Ahnung, weil die ist auf jeden Fall platt. Da ist eh eine Zelle abgekackt. Und ja, ich dachte halt, weil der ja nur 3 Ampere, äh, weil der halt immer 3 Ampere raus hat, habe ich gesagt, Mensch, Felgo, bring mal so einen vom Torsten noch mal einen mit hier. Und damit ich mit weniger Ampere das noch mal probieren kann. Ja, jetzt ist es Schrott. Keine Ahnung, ich überlege mir jetzt mal, dass ich mit dem eine Batterie mache. Ne, und wenn der 3 Ampere oder so reinhaut, das messen wir alles mal. Und dann vergleichen wir das noch mal mit dem. Weil, ja, wenn der jetzt regeneriert und alles schick ist, sagen wir mal, was weiß ich, bei der Nummer 3 oder so, auch mit 2, 3 Ampere. Ja, und hier würde ich dann danach das mal machen. Ja, und wenn das dann wieder schlechter wird, ja, Decker, dann ist hier irgendwas, funktioniert dann hier nicht richtig, ne? Keine Ahnung. Na jetzt. Hm, Scheiße. So, ich habe jetzt mal ein bisschen überlegt. Die Nummer 3 hatte ja 12... Ne, Quatsch. Was lauere ich denn? Wir haben die Nummer 2, hat man gehabt, mit 21 Milliohm und 77 Wattstunden sind rausgekommen. Ich habe jetzt hier die Nummer 4, die hatte 10 Wattstunden. Da haben wir ja mit Mike Tech seinem mehrere Durchgänge schon mal gemacht. Und der letzte war, waren wir hier bei 7,39 Milliohm und 212 Wattstunden. Was war denn da davor? Ja, 215, ja genau, da war es ja dann weniger geworden. Ja, die ist auf jeden Fall vom Innenwiderstand her besser. Und hat aber auch 44 Amperstunden. Hm. Na ja, gut, Sigler und Bob hat ja gesagt, das ist zu kläden. Ich will mir jetzt auch nicht nur eine Batterie zerknallen, sag ich mal. Na ja, na ja, ich würde das jetzt so machen, da hier bei der Nummer 7 sind wir bei 5,41 waren wir hier. Und hier bei 5,41, ne, da hatte ich ja dann gesagt, das hätte ich noch ein bisschen länger dran gehalten, wir wären vielleicht auf die 5,40 gekommen. So ungefähr, hier hatten wir 342, ja, also ich denke 540 für eine, der Falco hat es gestern noch mal gesagt, ich soll das noch mal sagen. Die ist, glaube ich, von 2016, die Batterie, ja. Ich hoffe mal, dass es stimmt. Hier steht aber auch 2013. Und was ist es, 2019, 2013, oder? Oder 2015, hm. Na ja, egal. Auf jeden Fall, der Günter Remf hat seinen Dienst auf jeden Fall getan. 100% der Kapazität haben wir nicht rausgekriegt. Aber Jungs, ne, das scheiß Ladegerät kriegst du überhaupt nicht raus. Was hat das raus aus der Nummer 7? In 3 Schwarzstunden, da hättet ihr die gleich weggeschmissen. Und, ja, dass wir nicht ganz auf 100% kommen, mein Gott, ne, vielleicht müsste man, vielleicht fehlte schon ein bisschen Flüssigkeit. Sind ja wartungsfrei, kann man ja nicht mehr reingucken. Also, wenn ich denke mal, wenn wir hier noch ein bisschen Flüssigkeit auffüllen, dann würde die volle Bude wiederkommen. Das heißt, die ist im Grunde genommen fast in Ordnung. Und wir gucken jetzt einfach mal, weil die hat ja 65 Amperestunden. So, 12 Volt, 65 Amperestunden. Dass ich jetzt den Remf vom Torsten an die mal ranmache. Ich habe ja einen Entladetest gemacht. Und gucken wir mal, ob es besser oder schlechter wird, ne. Ich hoffe ja mal, dass es zumindest mal so bleibt, ne. Also, wir müssen auf die 502, also 500 müssen wir kommen, Torsten. Wenn das jetzt auch wieder nicht hinhaltet, na ja, wir gucken mal. So, ich habe jetzt nochmal einen Strom gemessen. Bei der Batterie sind wir jetzt bei 3,5 Ampere. Also ein halbes Ampere mehr, als was der Torsten gesagt hat. Mähende 3 Ampere. Jetzt ist so das Komische, wenn ich hier mit dem Potti rumdrehe. Ändert sich überhaupt nichts. Hm. Es ändert sich mal kurz und dann nicht mehr. Ich rangreife. Hm. Ja gut, keine Ahnung. Lass ich jetzt einfach mal so, mal gucken. Ha, Manners. Mir hat gerade der Manni geschrieben. Ähm, von wegen, wie er rausfindet, ob sein Remf schwingt oder nicht. Oh nein. Ja, jetzt ist das Handy abgekriegt. Ne? Jetzt läuft das, egal wie rum ich hier angreife. Und da habe ich dazu mal... Da hat dazu mal ein Video gemacht, wie man beim Remf rausfinden kann, ob der schwingt oder nicht. Und da habe ich das Video, habe ich in der Gruppe gepostet. Und das halt hier mit der Aframenko-Pumpe eben, das sehr leicht möglich ist, ohne Oszilloskop, eben auch zu gucken, ob ein Remf schwingt oder nicht. Ne? Jetzt habe ich mir das Video nochmal angeguckt, um zu gucken, ob es passt, ob ich das richtige Video von Manni rausgesucht habe. Und jetzt habe ich das Video nochmal angeguckt und dachte ich mir, Mensch, schwingt der denn überhaupt? Weil Thorsten hat ja gesagt, sein Oszi ist kaputt. Jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir mal den Gegentest. Hier ist der Relais Remf. Wie ihr seht, Minus Hammer war's. Oh nein, jetzt habe ich die Spannung verstellt. Und ein, ich bin hier mit dem Finger rangekommen. Und wenn wir hier auf Minus gehen, äh, auf Plus geht's auch. Wenn wir jetzt hier mal gucken. Und Plus ist nix. Auf Minus ist nix. Hm. Und da wird auch ziemlich heiß. Also, ich habe so die Vermutung, dass hier irgendwas, also, dass die Basis einfach nur durchschaltet muss. Ich deswegen hat er wahrscheinlich, also, ich gehe jetzt davon aus, dass das ein Transportschaden ist. Ich mache den jetzt mal hier ab. Lass den noch ein bisschen kühlen, weil der ist ganz schön heiß. Na gut, nee, ich will ihn nicht kaputt machen. Da kann er ja jetzt, ist er noch ganz, noch heißer kann er ja nicht werden. Ja, Thorsten, also, ich vermute mal, dass hier irgendwas, Transportschaden oder, keine Ahnung, oder zu viel Vorwiderstand, wie in dem Video, wie habe ich das genannt, schwindet er oder nicht. Also, ja, das ist ja mal mega fehl, Digga. Jetzt habe ich bestimmt die Batterie hier gegrillt, auch noch. Also, das lag auf jeden Fall nicht an der Batterie. Scheiße. Hm. Das ist natürlich blöd. Ja, ist ein bisschen mein Schuld. Würde ich jetzt fast behaupten, weil ich gesagt habe, ey, ich komme mal vorbei und hole den GMF ab, sozusagen. Also, wir hatten ein bisschen gequatscht. Und da hatte ich gesagt, ich komme vorbei, hole den GMF ab, oder so. Und dann habe ich wieder verbummelt. Und dann hat der Thorsten den eben zugeschickt, ne. Das ist natürlich, das ärgert mich jetzt natürlich schon ein bisschen, ne. Gut, pass auf, der Falco hat ja schon, hier, äh, der Falco, ähm, Thorsten leistet, äh, 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 Schützenhilfe, oder wie ist denn das? Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Ich will jetzt hier auch nicht dran rumbasteln, oder so, und hier irgendwas noch kaputt machen, oder Gott. Das will, ne. Ich denke, ich werde das Ding mal an Thorsten vorbeibringen. Wir wollten ja noch etwas bequatschen, und, ja, da muss ich selber mal gucken, ne. Ich will jetzt hier nicht, hier ist alles so schön gebaut, und, ach, keine Ahnung, weißt du. Ich weiß ja auch nicht, was los ist. Ich weiß ja auch nicht, wie es gebaut ist, oder was verbaut ist. Da denke ich mal, ist ja der Thorsten, hat es ja selber gebaut, dann kann er es ja auch wieder reparieren. Vielleicht ist es einfach nur irgendein bisschen ab, oder umgeknickt, oder was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Ich habe nicht reingeguckt, Thorsten, ich habe auch nicht aufgeschraubt, nix, ne. So, und zwar, hier kommt die Schützenhilfe. Wir können ja nicht hier so, ich kann ja nicht einen Test machen, Jungs. Und am Ende bleibt bei dem Miner oder anderen hängen hier, dass irgendwie das nicht so funktioniert hat, ne. Kann immer mal passieren, ne, gerade wenn man es verschickt. Das ist natürlich dann, jetzt gerade in dem Fall, ein bisschen blöd. So, dann hat der Falko mir von Thorsten den RMF mitgebracht, und zwar von 2020. Den habt ihr bestimmt ja schon mal in einem Video von Thorsten gesehen, ne. Brauche ich euch jetzt, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Den hat er, ja, genauer mal ein, ein, ein... Falko mitgegeben zum Testen oder Geschenk, oder, ach, ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe gar nicht gefragt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Falko hat gesagt, äh, wo ich ihm dann gesagt habe, dass die eh eine Batterie jetzt kaputt gegangen ist, hat der Falko gesagt, äh, das kann doch nicht sein. Ähm, der funktioniert auf jeden Fall hier, sagt er, ne. Ja, er hat den schon mehrfach getestet, und der funktioniert auch richtig, und von daher, ich hoffe, der hat jetzt einen Transport überstanden. Also, ne, ich muss jetzt mal gucken, den kann ich direkt anschrauben, da muss ich mir nochmal schrauben, und etc. Ich klemm den jetzt mal an, wir lösen diesen RMF vom Thorsten mit diesem RMF vom Thorsten ab, und spaßenshalber, ich habe die Batterie jetzt schon an, an, an die Tür gestellt, spaßenshalber tun wir mal, die, die, der hier zerwirscht hat, ähm, an den mal ran. Ich kriege mal das ja wieder hin, ich meine, die war eh nicht mehr so top, ne, also es ist nicht schlimm, alles gut. Sind eh, die können wir alle kaputt machen, das ist bezahlt, alles, die Batterien, wir können ja machen, was wir wollen, und von den meisten Teilnehmer, gerade vom Johannes, habe ich auch die Freigabe, den notfalls kaputt zu machen, und er hat mir geschenkt, ooooh, danke. Mein guter, den werde ich auf jeden Fall in Ehrenhalten, ich habe schon überlegt, ich habe mal hier die Wand, da werde ich mal, da werde ich noch was machen. Ich habe ja viele, viele Sachen, ne, ich habe von Atze noch ein paar Sachen, ja, vom Segelhorn, ooooh, naja, hat sich viel zusammengesammelt, über die Jahre. So, jetzt ist es gut mit Quatschen, ich schließe das jetzt alles an, und, naja, gut, ja, das ist halt neuer Kandidat jetzt, ich kann euch jetzt auch nicht viel dazu sagen, steht zumindest voll drauf, das ist ein RMF. Ist halt schon ein bisschen älteres Modell, sag ich mal, aber, ist ja nicht immer schlecht, auf jeden Fall, der funktioniert. Ich schließe jetzt mal an, bereit, ausziehe alles vor, und, dann gucken wir uns da mal die Pulse an, halten mal die Aframenco-Bumpe ran, und so, hätte ich wahrscheinlich auch eher mal zeigen sollen. Na gut, Manni, gut, dass du gefragt hast, dass wir das vielleicht nochmal hier nochmal ein bisschen öffrischen, ne. Na gut, ich klemme an, bis gleich. Och, ich dachte jetzt schon, ne, er läuft jetzt, ich habe jetzt, keine Ahnung, ein paar Minütchen rumspielen müssen, ein paar Mal außen einschalten, und, ja, ich hoffe, ihr hört ihn. Ah, ich habe das Video noch an. So, das ist jetzt auf Regenerieren-Modus, da macht er ein halbes Ampere, auf Stufe 1 könnte ich ihn jetzt nicht schalten, funktioniert er irgendwie nicht. Falko hat schon gesagt, ich muss dann hier einen Magnet auf den schwarzen Punkt machen, habe ich auch probiert, habe ich nicht angeschwungen gekriegt, die Mühle. Ja, wahrscheinlich will der die erstmal regenerieren, oder so, keine Ahnung, ist mir egal, und wenn es drei Wochen dauert, die wird jetzt so lange hier dran gelassen, bis sie voll ist. Vielleicht hat es ja, wie gesagt, jetzt will schon hinweg, keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Scheiße. So, jetzt gucken wir als allererstes mal, ob. Ah, jetzt schwingt er auch wieder nicht. Das kann er nicht mehr sehen. Geht wieder nicht. Wie geht's? Das kann natürlich jetzt sein, Regenerier-Modus, das ist jetzt bei der großen Batterie, dass die Pulse zu schwach sind oder so, keine Ahnung, ein halbes Ampere geht rein. Ja, gucken wir mal jetzt mal mit dem Auszieher, ich will es jetzt auch nicht so ruhig. Ich klebe es mal fix an. Also hier ist irgendwie, hier ist irgendwie der Wurm drin. Jetzt habe ich das Auszieher ran gemacht, da ist er ausgegangen. Jetzt geht er nicht mehr an. Jetzt geht er wieder. Heee. Okay, ich muss ja nicht alles verstehen. Keine Ahnung, lassen wir den jetzt einfach mal dran oder vielleicht löschtet es ja hier. Im Eingang? Löschtet es jetzt hier? Nein. Ich kann mir den Auszieher nicht rangehen, dann geht er aus. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Ich hoffe mal, ich zerrammle mir hier nicht mehr Auszieher. Also Plus, kann ich ran machen, dann ist hier kompletter Salat. Sag ich mal. Und wenn ich jetzt hier... Ich gehe mal auf mal 10, dass ich noch ein bisschen vorwiderstammte. Zack, aus. Okay, also den kann ich auch nicht messen. Also was heißt auch nicht, den kann ich nicht messen, keine Ahnung. Aber komischerweise macht er auch nicht die Pulse. Jetzt geht er wieder nicht an, ne? Jetzt geht er... Keine Ahnung, der Fall gerade irgendwie, dass ich hier erst drücken muss, keine Ahnung. Also messen kann ich es nicht jetzt. Da muss ich mal gucken, muss ich mit Falco noch mal quatschen, beziehungsweise mit dem Segler und Bob, was genau ich hier für ein Magnet drauf machen muss. Der funktioniert nicht. Fetten Stabmagnet habe ich auch schon probiert. Brauche ich da unbedingt... Hier haben wir doch Magnetkugeln. Oder sind das Eisen... Das sind nämlich Eisenkugeln beim Johannes. Muss ich mal gucken, vielleicht habe ich irgendwo noch eine Kugel... Ob ich da jetzt unbedingt eine Kugel brauche oder meine einfach zu schwach sind, meine Magneten, keine Ahnung. Oh, guck mal. Da sind wir bei 600 mAh. Steigt. 620 Grad. Okay. Das ist ja schon mal gut. Kahl sind fest dran. Läuft alles. Gebt man mal seine, weiß ich nicht, 1-2 Tage. Oder das wird ein Stückchen dauern. Beziehungsweise ich muss halt unbedingt rausfinden, wie ich Stufe 2 aktiviere. Ja, aber hier... Kein... Gehenpüls. Mal gucken, ob gelb auch geht. Und schlecht ausgemacht. Okay, gelb geht nicht. Geht gelb hier? Nein. Ich glaube, die ist kaputt. Ja, aber hier sieht man es... Ein bisschen Schatten machen. Naja, wir werden mal rödeln. So, kleiner Nachtrag noch. Dann haben wir es. Ich habe ihn jetzt auf 740 mAh gekriegt, indem ich auf Regenerationsmodus, hier ist der LED, leuchtet. Also das läuft und schwingt. Und mit ein paar Magneten hier oben drauf. Aber den zweiten Modus kriege ich nicht rein. Vielleicht zieht der Akku dann zu viel. Ich werde ihn jetzt mal, keine Ahnung, bis heute Abend mal dran lassen, dass ein bisschen Strom rein ist. Beziehungsweise Energie. Und dass ich dann nochmal probiere, umzuschalten. Vielleicht geht es dann. Na, mal sehen. Ende hat er das geschafft. Vom Induktions-AMF, wir sind bei 563 und wir hatten 579. Hätten wahrscheinlich auch wieder noch ein bisschen länger dran lassen können. Aber der hat tatsächlich mit einem Durchgang, ja, mehr kriege ich jetzt so nicht raus. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen geht noch auf 600, wird man vielleicht noch kommen oder so. Aber so, wenn man jetzt normal lädt, kann man eben wieder ein bisschen unter dem Wert. Auch von hier, wir hatten hier 6,04 mOhm und hier 6,14. Also ein bisschen wäre auf jeden Fall noch gegangen. Ich finde es okay, ne. Also wir haben hier 6,95 gehabt mit 43 Wattstunden nur mit dem C-TEC. Und ja, also Bombe, ne. Also man kann sagen, mit eben Durchgang freigezockt. Hut ab, du. Also das Ding, Wahnsinn. Ich geh's, Pat. Tschüss. Hey, ich hab's geschafft. Ich konnte auf Stufe 1 umschalten. Keine Ahnung, worum es jetzt ging. Gestern, vorgestern ging's nicht. Vielleicht musst du so erst noch ein bisschen regenerieren oder so. Keine Ahnung. Ja, ich lass ihn jetzt einfach mal noch ein bisschen dran. Ich hab mal geguckt, wir sind jetzt, er war bei 11,8, wo ich umgeschalten hab. Und, äh, Quatsch, 14,8. Das war aber nicht. Jetzt sind wir bei 15,8. Und, was mir aber aufgefallen ist, ich dachte dann, na, jetzt müsste ja hier im zweiten Modus die, wo ist jetzt meine Aframenco-Pumpe hier, müsste ja die Aframenco-Pumpe jetzt, äh, theoretisch leuchten, ne. Aber, wie ihr seht, seid ihr mischt. Also irgendwie, geht die Aframenco-Pumpe bei dem Reem F nicht. Also interessanterweise, bei beiden Reem Fs vom Torsten funktioniert diese Methode nicht. Hm. Hast du da, äh, Torsten schon was dazu festgestellt? Hm. Das ist mir auch irgendwie neu. Ja, den lassen wir jetzt laufen. Ihr seht, es steigt natürlich weiter. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wo ich abklemmen werde. Ich werde mal gucken mit der Wärme, wie weit das geht. Und, also ich werde jetzt auf jeden Fall dabei sein, hier bei fast 16 Volt. Müssen wir schon aufpassen, ne, dass nichts passiert und so. Nebenbei geht's mit dem nächsten Kandidaten weiter und zwar vom lieben Astra. Den werde ich jetzt gleich mal anklemmen, alles aufbauen. Äh, das ist die gestern weggetan, ne. Hm, hab das gemessen. Na egal. Boah, das sieht schön schick aus, ne. Hier haben wir es nochmal, das ist ein PNP-Rem ist. Mal gucken, was der macht. Hier habt ihr nochmal einen Astra-Kader. Den klemm ich schon mal an. Und, achso, wir müssen erstmal noch eine Batterie raussuchen, ne. Guck mal, pass auf, ich suche die Batterie raus, klemm das mal an, sonst dauert das jetzt zu lange. Bis gleich. Hm, ich hab's jetzt mal dran. Ich hab die kleine Batterie genommen. Und, ja, keine Ahnung, also die Frequenz können wir irgendwie nicht messen. Verstehst du jetzt nicht? Ich zeige jetzt 105, 8, 9, 8, 58. 74, 63. Also, wie er lustig ist. Es zappelt auch ganz minimal. Ich hab jetzt mal Stop gemacht. Hier oben zappelt es ein ganz minimal. Selbst jetzt ändert es die Frequenz noch. Ich hab auf Stop. Ja, ne. Was? Was ist denn das? Ha. Na egal. Jetzt hab ich euch die Cursor nicht eingestellt, ne. Ja, doch so passt. Ich hab dann nochmal die Cursor. Sind auf 200 mili-Volt. Und wenn ich jetzt mal, also das ist jetzt ziemlich weit reingezoomt. Wenn ich jetzt ein bisschen rauszoom, haben wir das Signal. Na, da haben wir hier auch nochmal. Wahrscheinlich ist das eher der Schaltpuls oder so. Ich weiß es nicht. Aber den krieg ich nicht getriggert. Er triggert immer das hier oben. Den abklinken Sinus oder so. Hm. Wär ja mal interessant. Astra, wenn du da mal was in die Kommentare schmackst. Weil normal muss ich ja, ich vermute ja hier triggern. Aber krieg ich irgendwie nie hin. Warte mal, ich kann's ja schieben. Wenn ich jetzt mal so hinschiebe. Ich müsste ja... Auf den... Hm. Keine Ahnung, ich nicht hin. Da nimmt dann irgendeine Leiste hier raus, ne. Vielleicht hab ich einen Trigger nicht richtig eingestellt. Wobei, jetzt hat man zumindest hier in der Mitte, ne. Na, keine Ahnung. Also ich glaube, das haut hier nicht so richtig hin. Da müsste ich mal... Ich messe ja jetzt, dürft ihr nicht vergessen, ne. Ich messe ja an der Batterie, auf der Batterie. Normal müsste man an der Basis messen. Und dann müsste es die Frequenz auch richtig anzeigen, theoretisch, ne. Hm. Oder? Liege ich da falsch? Ich glaube, das stimmt, ne. Wenn, wenn... Hier haben wir ja diesen ganzen Plim-Pim drauf. Und dann sucht sich's aus, zieh eben immer wieder einen anderen kleinen Punkt hier raus, ne. Das seht ihr ja. Ich mach nichts und es schwankt die ganze Zeit. Ja. Ich sag mal, wenn es so sehr schwankt, scheinbar kann die Batterie noch ein bisschen regeneriert werden, ne. Weil normal soll es ja nicht schwanken. Gut. Läuft. Und ich bin jetzt bei 16 Volt. Wieso 16 Volt? 16,5. 2 Volt Überlade-Schlussspannung, hat Arim gesagt. Aber er lädt jetzt nur mit 0,07. Hm. Wiss ich jetzt nicht. Da muss ich mal mit Arim nochmal Rücksprache halten. Ob das so richtig ist oder ob ich auf 19 Volt gehen soll, ne. Na gut. Ich glaube, ich hätte eher damals 19 Volt gesagt. Also gut, in diesem Sinne, ich mache jetzt, schneide jetzt mal das Video fertig hier. Das wird ja heute ein bisschen länger. Ich bin nämlich heute bis Freitag. Also das ist heute Echtzeit. Der letzte Video-Schnipsel. Und ja, ich hoffe mal, dass ich bis nächste Woche den Test dann abgeschlossen habe. Hier ist jetzt noch die Entladung. Den komplett durchchecken. Und wenn eventuell noch ein von mir. Das behalte ich mir aber vor. Mal gucken. Mir gehen nur die Batterien aus. Also so einen Hardcore-Fall habe ich jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich die Nummer 9 genommen. Äh, Quatsch. Die Nummer, ja. Die Nummer 9, die Moped-Batterie. Weil die eben noch 18 Millihohm hatte. Alle anderen, da sind wir hier schon bei 7. Eben gut, die 1 könnten wir noch machen. Das überlege ich noch, ob ich die dann mit meinem mache. Oder nochmal, weil es die Moped-Batterie scheiße ist, nochmal mit einem von Astra nochmal drüber oder so. Ja, und was ihr noch sehen wollt oder so, müsstet ihr dann jetzt mal in die Kommentare hauen. Letzte Chance. Weil ich denke, dass ich dann nächste Woche eventuell fertig bin. Außer ihr schreibt jetzt wieder 15 verrückte Ideen, was ich ja alles antlemmse und blubblub. Dann dauert es doch noch eine Woche länger oder so. Also letzte Chance, haut es in die Kommentare. Was ich noch testen soll. Und, ja. Bis später.